Na Gott sei Dank, endlich das letzte Battle-Mist-Folgeding gelaufen. Es war einfach nur noch nervig und zum Kotzen diese ständige Über-Theatralisierung, dieses, wir sind ja so gefühlvoll und wir drücken uns so gefühlvoll aus. Nee, Bullshit. Die meisten haben aber null Ahnung von dem Müll, den sie da eigentlich singen. Du siehst es in den Visagen, während die den Käse singen. Denkst du so, Alter, die fragt sich doch gerade, welche Rotze singe ich denn da eigentlich? Ich habe ja keine Ahnung, was ich da von mir gebe. Schlimm. Also planen wie gar nichts. Aber Gott sei Dank wirklich, also ich muss sagen, das allerletzte Lied, wo dieses Masterpiece gesungen wurde, das war wirklich krass. Also das war wirklich emotional, obwohl das ja gar nicht ein Gefühlsduse-Song ist, aber die haben wirklich ihre Emotionen ausgedrückt und rübergebracht. Man sah es auch in den Gesichtern und so. Das war richtig krass, war das wirklich. Das war wirklich das einzigste Battle-Lied, was wirklich Großqualität hatte. Der Rest war hauptsächlich günstete Scheiß oder eher so sagen wir mal so im Vergleich dazu ganz gut. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Das war richtig krass.